Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum Shop von 5.10. Heute Abend startet das Event. Nicht vergessen kommt ein Banger Video und ein Banger Stream, Freunde. Wir sind im Item Shop, hier ist so einiges Neues drin, mal ein ganzer kurzer Recap. Einmal hier natürlich wunderbar der neue Icon Skin Shaku, hat zwei Skins bekommen, einmal diesen Skin, sehr sehr wild. Hat natürlich eine passende Lego Variante, dann hat er natürlich auch nochmal diese Variante und auch eine Lego Variante. Also zwei Skins tatsächlich, einmal dieses Bake Bling, sehr schön, einmal dieses Bake Bling. Dann diese Double Smash Spitzhacke, sieht sehr geil aus. Einmal diese Spitzhacke, diesen Emote. Oh, also sieht schon wild aus, alles klar. So Leute, den vergessen wir mal kurz, den Shop Crash, ne? Natürlich hat er einmal den Emote, vielleicht crasht er jetzt wieder, dann hält man ein Herzchen. Ja, seht ihr doch. So sieht es aus, geile Emote auf jeden Fall und einmal hier. Oh, nice. Sehr, sehr wild. Das ist das Icon Bundle, ne? Dann haben wir noch eine G30 natürlich drin, ne? Hier Loser Fruit, ne? Laser Beam, Ninja, ganz klar, Flakes, ne? X-Men ist zurück, also die X-Men Skins, ihr seht es ja einmal hier, einmal sie, ne? Einmal Cyclops und Kolossus. X-Men im kompletten Bundle oder einzeln sind zurück. Die Unglaublichen, ne? Mit dem Mrs. Incredible sind immer noch drin. Rubius Icon Bundle ist immer noch drin, Billie Eilish kennen wir, ist auch kompletter Reno drin. Marvel, Thanos ist seit gestern drin, Star-Lord ist drin und diese Cosmetics halt mit Marvel, Iron Man, der neue, immerhin natürlich noch. Ja gut, das sieht ein bisschen dumm aus, muss ich sagen. Ne, dann auch dieser Spider-Man hier, ne? Der Iron Spider ist drin und natürlich weitere Spitzsacken, hier auch sehr, sehr selten. Zum Beispiel die Schnitter ist eine richtig schöne Halloween-Spitzsacke. Hier ist auch irgendeine davon selten gewesen, ich glaube die, ne? Ähm, dann natürlich hier noch Markenzeichen, also diese Galaxy-Frau, die Galaxy-Zeug, die einmal, Haze, dann seht ihr hier noch die Box-Outfits. Dann sind tatsächlich neue Halloween-Skins, beziehungsweise neue alte, äh, einmal die Superhelden-Skins, alle in der Zombie-Variante. Glaubt ihr, jetzt mal Real Talk, glaubt ihr, wir bekommen noch Zombie-Avengers, wie Zombie-Iron-Man oder so? Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sind das hier einmal die wunderbaren, normalen Fortnite-Originalen Superhelden, ne? Als Zombie-Variante sind komplett zurück, könnt ihr euch gönnen. Dann auch diese Halloween-Skins sind immer noch drin, die neue Albtraum-Ritterin ist ja seit zwei, drei Tagen drin, der sieht auch sehr schön aus. Einmal Charlie Maximus und Knochen-Charlie. Der neue Nissan aus Fast and the Furious ist da, sieht der nicht wild aus. Der Nissan aus Fast and the Furious ist endlich da, für die Leute, die drauf gewartet haben. Der Sentio ist da, verschiedenste Cosmetics-Swiss-Auto, Carol G, immer noch Shop-Meet, ne? Ist ganz, ganz klar. Weitere Instrumente, die Jam-Songs sind tatsächlich jetzt da. Äh, paar Lego-Sets, Lego-Pass-Festival-Pass, Fortnite-Crew-Skin. Und natürlich die üblichen Pakete hier einmal, die man so kennt. Eure Meinung zum Shop, ab in die Kommentare und jetzt eine wunderbare gute Nacht und bis morgen zum Live-Event.